Herzlich Willkommen bei LiquidAger. Ich bin der Stefan, heute von der Vivarium. Wir haben uns gerade die Tickets geholt, wir haben auch so eine schicke Broschüre bekommen, stehen gerade im Eingangsbereich. Hier ist es mega laut, deswegen halten wir uns nicht allzu lange auf. Wir schauen jetzt rein und schauen mal, was wir so entdecken können. Okay, los geht's. Jetzt erst mal orientieren und dann wir in der Gegend rumlaufen. Aber geil, ziemlich groß hier. Ja gut, also Orientierung haben wir noch keine, aber ein paar Sachen haben wir schon gefunden. Zum Beispiel hier ein Swimmingpool, großes Aquarium. Guten Tag, junger Mann. Wie geht's? Wie geht's? Alles gut? Alles gut. Schaut mal, wen wir gefunden haben, einen alten Bekannten, der Michael. Der Typ ist riesig und er spricht ein wenig Deutsch. Hi, hallo. Wie geht's, guys? So, okay, wir machen das jetzt in Englisch, weil dann funktioniert das auch. So, you joined the, what is it called, the VIP Aquascaping? VIP Aquascaping, yes, yes. Great. Three hours for building the Hardscape with planting and then like a half an hour to fill up with water. Also get the three hours? Yeah, just three hours. Okay, but yours is really pretty. You know me, I use Dragon Stokes all the time. I'm just a bit mad, because the water is cloudy, it's supposed to be crystal clean, but it's not... Jetzt ist noch relativ wenig los. Es wird jetzt gerne noch früh am Morgen sozusagen. Und bevor jetzt die Massen kommen, schauen wir uns mal alle Aquarien an. Von dem Live-Wettbewerb, der hier ausgefochten wurde, ging alles sehr schnell, habe ich gehört. Also die hatten drei Stunden Zeit, mussten sich beeilen. Die Welt sind große Aquarien, ich glaube, 90er, habe ich mir jetzt gar nicht so genau angesehen. Wir schauen uns jetzt mal alle durch und würde mich freuen über eure Kommentare und eure Meinungen, welche denn die besten davon sind. Den Live-Wettbewerb schauen wir uns gleich nachher noch einmal genauer an. Die waren jetzt noch alle ein bisschen am rumfummeln, deswegen hatten die noch nicht so viel Zeit. Vielleicht kriegen wir ja auch noch den einen oder anderen vor die Linse und es sagt ein paar Worte. Aber jetzt ist hier hinter uns der ANAC-Contest, also das ist Nano-Aquarien, die vorgezogen wurden von den Teilnehmern und dann die fertigen Aquarien wurden mit hertransportiert. Das heißt, diese Layouts sehen schon fertig aus, die sind schon reif. Und da bin ich gespannt, was uns erwartet. Also, ich muss dich da unterbrechen. Die sehen richtig gut aus, gefällt mir gut. Das ist schon mal wirklich stark. Also, es sind kleine Aquarien, 45p, denke ich. Ja, 45p, denke ich, kommt ganz gut hin. Und es sehen viel größer aus. Also, das ist schon richtig high-end hier. Hier gibt es sogar Aquarien, die ein wenig eskaliert sind. Aber das hier hat sogar einen See im Layout. Ich denke, es ist das Epoxidharz. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Update. Ähm, da will ich mich gleich bei der Ines bedanken. Die passt nämlich auf mein Aquarium, auf der Aqua-Expo auf. Dort habe ich ja beim Wettbewerb mitgemacht, beim Live-Wettbewerb. Und Ines versorgt mich jetzt mit Bildmaterial, ob das Wasser denn klar geworden ist oder nicht. Vielen, vielen Dank. Ja, das Teil sieht noch ein wenig frischer aus. Ich denke, da war die Zeit noch nicht gereift für das Layout. Aber es ist trotzdem ein schönes Aquarium. Es sind perspektivische Effekte und es sind brückenartige Elemente. Sehr cool. Auch echte Pflanzenbomber dabei. Ich glaube, ich fände es noch besser, wenn ein Schild dabei stehen würde, wer das gemacht hätte. Aber es ist wahrscheinlich erst nach der Bewertung eine kluge Idee. Hier ist auch so ein richtiger Wald modelliert worden. Oh, das ist nach meinem Geschmack. Naturaquarium-slash-Pflanzenbomber. Das sieht ja auch richtig crazy aus. Geiles Brazilian-Style. Tolles Layout. Es sind wirklich starke Aquarien hier. Sehr beeindruckend. Auch ein echter Dschungel. Es sind wirklich tolle Layouts. Da muss man gleich von allen Teilnehmern gratulieren. Uns ist generell schon so ein Trend aufgefallen. Hier auf der Messe gibt es richtig viele große Tiere. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch keine kleinen Fische gesehen auf den Ständen. Das ist ganz ungewohnt für mich. Normalerweise ist es umgekehrt und alles wimmelt mit Guppies. Aber nein, hier gibt es großartig Läden. Wir haben schon große Wälse gesehen. Skalare und Diskus waren schon hier. Da gibt es jetzt Erdfressen. Hier noch ein Malawi-Aquarium. Dann gibt es hier noch ein Champion-Art. Und zwar ein Diskus-Champion-Art. Wir haben jetzt etwas ganz Off-Topiges gefunden, aber ich finde es super interessant. Und zwar gibt es hier Insekten. Und zwar leben die nicht mehr, denke ich. Wir nehmen dann eher dekorative Zwecke, aber schaut euch die mal an. Die sind wunderschön. Und ich glaube, ich werde hier für mich zu Hause was Hübsches mitnehmen. Da ist er, unser Höhlenmeister. Servus, komm her. Also schaut mal, wenn wir ihn getroffen haben. Den Höhlenmeister himself. Den Höhlenmensch, ja genau. Soll ich es nimm? Ja, bitte nimm. Oder soll ich, ich kann mich auch hier anstöpseln. Dann habe ich hier, drunter haben wir das Ding nicht im Bild. Aber, ja, das sieht so professionell aus. Ja, nein, nein, dann kannst du anstöpseln. Nee, nee, komm, wir machen das so. Okay, wunderbar. Also auch du hast hier beim VIP-Contest teilgenommen. Ja, mal wieder. Hast du beim Arnak auch teilgenommen? Nee, da bin ich in der Jury, darf ich teilnehmen. Ah, okay. Hast du schon Favoriten? Ich habe ehrlich gesagt nur mal ganz kurz drüber geguckt. Ich werde mich so ein bisschen überraschen lassen nachher. Aber da sind schon ein paar Krasse dabei. Ja, ich habe aus dem Augenblick schon ein bisschen was echt Spezielles da gesehen. Cool. Weißt du, wie viele es sind? Ich glaube, 15 oder 20. Okay. Und jetzt hier, VIP-Contest, was sind das für Aquarien? Das sind 90, oder? Nee, ich dachte ja, ich hatte im Kopf, dass es 1,50 Meter oder 50 ist. Ja. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Aber es sind 80 auf 50 auf 60. Okay, mal was anderes. Mal was anderes Maß, ja. Aber geil. Leider, leider, leider. Wir hatten einen Lightground hinten dran, also von Daytime den. Ja. Den musst du aber wieder abbauen, weil es nicht regelkonform ist, ja. Aber finde ich gut, dass Regeln eingehalten werden. Das ist auch selten in Live-Aquascaping Contests, dass sich da dran gehalten wird. Du hast ein wirklich geiles Layout gebaut. Magst du was dazu sagen? Ja, kennt ihr ja von mir, so ein bisschen Hüllen-mäßig. Ja. Aber stark. Wie immer. Der Michael, wir haben schon vorher mit dem Michael gequatscht. Mit dem Polen, du weißt schon. Ja. Der zwei Meter große Typ. Ja, mein bester Freund, ja. Der hat ja nur drei Stunden Zeit. Ja. Krass. Aber ich hatte auch noch eine richtig professionelle, gute Hilfe. Und zwar Teresa. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ach so, das ist eine Kooperation also. Ja, genau. Wir durften uns immer einen vom A-Team aussuchen, der uns halt hilft, als Assistent. Ja. Und Teresa, obwohl sie kein Englisch versteht und wir uns nicht wirklich unterhalten konnten, ja, hat einen Augenkontakt gereicht, um genau das Layout hier zu entwerfen. Und wir haben sogar Tiere drin, wie du hier siehst. Oh ja, Muschelkrebs, oder was sind das? Oder Wasserarsel? Ja, keine Ahnung. Dachten, sie heißt keine Garnelen? Ne, das sind afrikanische Hüllen-Garnelen, sind das. Ah ja. Passend zum Layout, haben wir dazu geholt. Der hast du ja exklusiv, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, du, ich drücke dir die Daumen. Wann geht es die Sieger hier rum? Ich glaube, heute Abend. Also ich habe es gar nicht so gut auf dem Schirm. Wir müssen die Leute abstimmen, da hinten ist so ein QR-Code. Es geht nicht mehr per Briefwahl, wie die letzten Jahre. Oh, das heißt, ich kann auch abstimmen? Genau. Du musst für mich abstimmen. Ich mache das gleich mal. Sehr gut, sehr gut. So, abgestimmt hast du. Ja, abgestimmt habe ich jetzt. Ich verrate es aber nicht. Gib mir noch dein PayPal, ich beweise dir dann das Geld für... Wie sieht es aus, hast du eine Empfehlung? Also wir waren noch nicht an allen Ecken und Enden. Eine einzige Empfehlung habe ich da. Das ist auch das Einzige, was ich hier auf der Messe wirklich gesehen habe und selbst gemacht habe, weil es nämlich gestern ankam. Nee, vorgestern war das. Da habe ich bei mir direkt gestapft und wir haben das eher am Paludarium da hinten eingerichtet. Eher mehr als das Paludarium. Gehen wir uns gleich ansehen. Wir können ja jetzt zusammenlegen, wenn du willst. Ich muss ja immer gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja, wunderbar. Dann machen wir das gleich zusammen. Ansonsten war ich noch nicht wirklich auf der Messe unterwegs, weil ich gestern den ganzen Tag beschäftigt war. Hat mir noch immer was zu tun, ne? Ja. Aber das ist auch mega krass, dieses Riesen-Paludarium, das wir aufgebaut haben. Nicht Paludarium, das ist eigentlich so Biotop-Aquarium-mäßig, oder? Ja. Also die lassen sich hier irgendwie jedes Mal was richtig Spezielles einfallen. Aber das sind ja auch alles echte Pflanzen. Ja. Also ich war dabei, wo sie es aufgebaut haben. Respekt an die Jungs. Und das habe ich vorgestern mit Balbi innerhalb von 20 Minuten einberichtet. Ja, nice. Ich finde es ganz geil, also da hat sich die haben was einfallen lassen. Es gibt so ein Steak, wie du hier siehst. Ja. Okay, dann das Wasser ein bisschen hoch. Ah, okay, okay, okay. Ja, verstehe. Ach, und auch mit dem Technik-Schach, das ist schon ganz cool, ne? Sieht man dann halt im Aquarium echt keine Technik. Ja. Das ist geil. Ja gut, ansonsten würde ich sagen, wir schauen uns einfach noch rum. Genau, ich werde jetzt auch mal noch runterdrehen. Machst du auch ein Video? Ich mache jetzt auch noch ein Video, ja. Dann werden wir dazu linken, natürlich. Alles klar. Oder einfach deinen Kanal, je nachdem, wer zuerst hochbläht. Danke für deine Zeit. Bitte, bitte. Wir machen jetzt mal eine Runde. Genau. Und vielleicht sehen wir uns ja später nochmal auf dem Café. Ja, das Interview ist ja schon mal. Ja gut, wunderbar. Bis später. Die Vivarium ist ja, wie der Name schon sagt, nicht nur eine Aquaristik-Messe. Hier gibt es auch Terroristik, Paludarien und natürlich auch Insekten. Und auch mal jetzt einen Stand. Hier gibt es sowohl, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, wenn die Käfer in Setzkästen sind, aber die leben nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch Lebendige. So wie diesen wunderschönen Kerl. Der schaut so verrückt aus. Leider auch ein bisschen gelb-trübes Wasser. So ist das, wenn man Holz verwendet bei Live-Fettbewerben. Aber das Layout ist super gut geworden. Sehr, sehr schickes Aquarium. Da ist jetzt nochmal das Aquarium von meinem ewigen Rivalen, von Michael Adamek. Ein junger Mann aus Polen. Hat auch einen ganz, ganz tollen Laden. Aqua Show. Vielleicht kennt ihr das ja. Und mit diesen Live-Wettbewerben benutzt ihr ständig Drachensteine. Immer. Und es sieht immer gut aus. Auch dieses hier ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich habe jetzt schon Mitbringsel für die Family. Und jetzt sind wir im Meerwasser-Teil. Und ich habe hier den Karol getroffen von Skylight. Der datet mich jetzt ab für die neuen Lampen-Highlights der Zukunft. Der Karol hat uns jetzt gerade erklärt, wie sich die Skylight Hypersport entwickeln wird. Klingt sehr, sehr spannend. Das Design ändert sich ein ganz klein wenig. Und es gibt dann auch mehr App-Anbindung. Also für alle, die das Handy lieben unter euch. Seid gespannt. Das wird richtig gut. Das klingt toll. Es wird allerdings auch ein wenig dauern. Also er meinte jetzt, wenn alles gut läuft im Sommer nächstes Jahr, und wie wir das schon von anderen Herstellern wissen, dauert es immer länger als gedacht. Aber es sieht richtig gut aus. So, was soll ich sagen? Ein anstrengender Messetag geht zu Ende. Wir sind hier jetzt im Ausgangsbereich und auch hier ist mega viel los. Deswegen sorry für den Ton. Wir waren jetzt gerade noch drüben in der Meerwasser-Abteilung. Haben uns alles angesehen. Ich bleib dabei. Meins wird's nicht. Ich find Süßwasser geil. Ich hoffe, ihr auch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüssi. Baba.